Mahlzeit. Die Bevölkerung reduzieren. Zuerst fangen wir mit den Alten an, dann die Dummen und so weiter und so fort. Das wird Jacques Attali zugeschrieben, einem Mitterrand-Berater. Und das soll er 1981 so gesagt haben. Aber nein, ich muss es korrigieren, er hat es nicht so gesagt. Aber. Auf dieses Aber komme ich dann zu sprechen. Dieses Video, ich hatte es auch schon empfohlen auf meinem Kanal Telegram. Ja, da liest dieser Mann das vor. Von der Seite grenzenlos leben. Genauso hat er es Weidner vorgelesen im Gespräch mit Joe Conrad. Vielleicht werde ich dann noch in der Videobeschreibung die Links dazu anfügen. Die gleichen Textstellen und so weiter. Die beiden haben dann darüber diskutiert. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Nochmal. Und ich habe es einfach nicht gefunden. Denn es sollte aus diesem Buch von Attali sein. Und zwar Die Welt von Morgen. Eine kleine Geschichte der Zukunft. Komischerweise habe ich dieses Buch aber auch nicht mehr gefunden. Ich habe dann gesucht hin und her, her und hin. Nichts gefunden. Ich habe nach ISBN nochmal gesucht. Da wären einem dann vorsichtig, ich würde es nicht tun. Ich habe es auch nicht getan. Da wären einem dann angeblich kostenlose Downloads. Aber man muss sich irgendwo anmelden. Vorgeschlagen. Macht das lieber nicht. Man holt sich da lauter Blödsinn drauf. Aber was ich auch gefunden habe durch einen anderen Link. Und zwar angebliche Zitate stammen nicht vom Mitterrand-Berater Jacques Attali. Und zwar von dpa-Faktenchecking. Und da fiel mir doch einiges auf. Und zwar Beispiel. Ich zitiere von diesen Faktencheckern. Euthanasie ist in jedem Fall eines der wesentlichen Instrumente unserer zukünftigen Gesellschaften, so Attali. In einer kapitalistischen Gesellschaft werden Tötungsmaschinen, Prothesen, die es ermöglichen werden, das Leben zu eliminieren, wenn es zu unerträglich oder wirtschaftlich zu teuer ist, entstehen und zur gängigen Praxis werden. Ich glaube daher, dass Euthanasie, ob als Wert der Freiheit oder als Ware, eine der Regeln der zukünftigen Gesellschaft sein wird. Also es lässt sich schon einiges, oder daraus lässt sich schon einiges schließen, dass das so sein sollte. Und ein Freund hat mir einen schönen Beitrag letzten Endes geschickt. Und ich zitiere nur daraus, weil er bezieht sich, dieser Beitrag bezieht sich auch auf diese Videos, die überall rumgehen. Und dort, also hier, dort findet man alle Zitate, die Matthias Weidner, nochmal zur Erinnerung, Matthias Weidner, hier, und der, die Matthias Weidner vorgelesen hat. Nur steht ganz am Anfang die Warnung, Avertissement, Le Text und so weiter, ich bin kein Franzose, ich kann das nicht so sagen, aber auf Deutsch gleich, der nachfolgende Text wurde nicht von Jacques Attali verfasst, aber von seinem Buch inspiriert, Quod Era Demonstrantum, was zu beweisen war. Also, sagen wir es mal so, ich sage es mal ganz platt. Ja, gut, dann hat er es eben nicht so gesagt. Und ich sage es mal, das ist direkt falsch, das wurde ihm zugeschrieben. Aber eins sage ich, es passt. Und das ist das Aber. Es passt zu gut. Und warum muss es immer ein berühmter Mensch wie Jacques Attali gewesen sein, der so einen Text, wie er hier oder hier vorgelesen wird, der so einen Text verfasst? Es muss nicht immer ein berühmter Mensch sein, der solche Texte letzten Endes verfasst. Wenn der Text passt, warum denn nicht? In diesem Sinne, es ist ein Nachtrag. IQ ist nichts, Unbildung alles. Gebildet sein heißt auch, sich damit auseinanderzusetzen, zum Beispiel, dass solche Zitate eben, ja, zwar passend sind, aber nicht direkt Zitate von Jacques Attali sind. Das heißt auch Bildung. Und auch das ist wichtig, dass wir unseren Kindern und Enkeln immer wieder vermitteln, Bildung. Und das heißt, macht was. Macht was, bildet sie, bringt ihnen bei, wie man denkt und so weiter und so fort. Und denken heißt ja Wissen kombinieren. Also gebt euer ganzes Wissen weiter, was ihr noch habt, denn irgendwann ist es verloren. Wir müssen ja alle irgendwann mal sterben, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Das ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern macht was, aber macht's gut. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch und bis zum nächsten Video.